hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die im west nix neues box von prinzpie alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und im boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung im west nix neues von prinzpie das ganze aus dem jahr 2016 so sieht das ganze aus wir haben hier eine box mit prinzpie groß auf der vorderseite mit brille und haube wie man ihn kennt hier unten lese dann in weißer schrift prinzpie im west nix neues limited premium box rundherum eine weiße zierleiste bzw ein weißer rahmen auf der unterseite blank schwarz auf der rechten seite lese nochmals interpret plus album titel limited premium box und hier oben haben wir dann noch ein emblem das verlesen wir auch nochmals prinzpie im west nix neues hier im licht sieht man das halbwegs jawohl oberseite blank schwarz auf der linken seite genauso wie auf der rechten so ein emblem mit diesem stempel hier dazu und auf der rückseite haben wir dann hier prinzpie vor einem zaun die vor einer eingezäunten kirche stehen und hier unten haben wir einen barcode spannenderweise hier aufgeklebt und dann haben wir hier unten auch noch die inhaltsliste zur box und zwar lesen wir hier premium box inhalt zusätzlich zur cd edition des albums enthält diese limitierte box außerdem limitiertes keine liebe prinzpie shirt alle instrumentale auf cd sticker bag mit diversen stickern wendeplakat in diener 2 und button haben wir noch grids und barcode und auf der oberseite haben wir hier einmal die tracklist das ist auch sehr ungewöhnlich dass man die tracklist hier komplett auf die box darauf macht und zwar haben wir hier 16 tracks an der zahl und diese allesamt also soweit ich informiert bin solo tracks wer mir keinerlei features angeführt gut und hier sieht man es auch etwas im licht hier lesen wir auch noch mal sieht aus wie ein geldschein prinzpie im wessen nichts neues und hier was ich auch spannend finde ich weiß nicht ob das so gut rüber kommt in dem video wir haben hier diesen aufdruck von prinzpie der ist wie man hier im licht sieht echt so eine hochglanz optik das spiegelt hier stark allerdings der rest der box ist so matt und fühlt sich echt ein bisschen ein bisschen anders an als reguläre boxen weil die sind dann doch irgendwie durchgängig hochglanz oder in seiner speziellen optik aber das hier ist echt so was ganz spezielles noch etwas rauer als reguläre boxen also das ist echt interessant und hochwertig gemacht gut das ganze eine club box geht hier auf der seite auf wir haben hier einmal ein shirt diese sticker bag den button das poster die instrumentals und natürlich das album an sich so sieht das ganze vor ihnen aus glatt schwarz und was wir hier auch noch sehen das habe ich jetzt aber ich gar nicht so gezeigt diese schrift prinzpie und im west nichts neues die dürfte hier so geprägt sein als wenn man hier drüber fährt dann spürt man das das ist ja erhaben also noch ein zusätzliches detail detail dass die box hier noch hochwertiger erscheinen lässt gut nachdem das album hier noch eingeschweißt ist dann werden wir dieses mal befreien und diese sticker packung auch mal öffnen ganz einfach so aber jetzt so dazu kommen wir gleich wie immer starten wir mit dem album an sich so sieht das ganze aus also das album cover wie auch schon das box cover design an der seite lesen wir hier prinzpie im westen nichts neues und auch hier wie auch schon auf der box haben wir oben die tracklist und hier prinzpie vor dieser eingeschlossenen vor dieser umzäunten kirche stehen das ganze ist ein pappschuber bedeutet das album lässt sich dann hier rausziehen hier kommt er das eigentliche schul case zum vorschein also das album in einem standard schul case mit pappschuber auch hier lesen natürlich wieder prinzpie im westen nichts neues selbes design wie der pappschuber und die box und dann kommen wir zum inhalt mal ein blick ins booklet so sieht das ganze aus also wir haben hier einmal die credits direkt zum anfang sehr ungewöhnlich dann haben wir prinzpie zwischen licht und schatten spazieren schöne fotografie ok dann haben wir hier einen track und dann haben wir den gesamten text aufgelistet wort für wort ok und das dürfte sich jetzt so durchziehen schön gemacht also wirklich jeder track wort für wort hier abgedruckt zum mit rappen zum nachlesen sehr schön so sieht das aus das ganze wird immer wieder unterbrochen von fotografien von prinzpie weitere texte und natürlich auch immer weitere fotos mit dabei hier quält mir von der booklet gestaltung echt gut also es ist sehr textlastig aber das kennt man ja von pie dass seine tracks echt viel viel inhalt viele worte beinhalten so und dann natürlich auch wieder ein foto und dann hier zum abschluss noch eine dankssagung so prinzpie hier wieder zwischen licht und schatten sitzend dann kommen wir mal wenn wir das booklet hier verstaut haben zur album cd die sieht so aus und das finde ich richtig richtig schön gemacht und zwar hat man die cd hier in einer vinyl optik gemacht und es fühlt sich auch so an also wenn man die cd hier angreift nicht nur von der optik sondern auch vom gefühl her man kann hier wirklich ich glaube man kann es hören die rillen erfüllen das ist echt krass gemacht gefällt mir richtig gut sieht aus wie so eine mini vinyl und ist auch schwarz eingefärbt also mit einer der schönsten cds die ich je gesehen habe hier lesen wir noch prinzpie berlin und das steht dann das steht dann noch 2016 dann machen wir das album wieder in den schuber mit rein also das album mit 16 tracks dann haben wir einen button mit dabei so sieht er aus in rot und weiß prinzpie im west nichts neues lesen wir hier dann haben wir mit dabei dieses sticker set jetzt schauen wir mal kurz wie viele sich hier wirklich in diesem section befinden und zwar haben wir hier dann noch diesen verschluss dieses beutels prinzpie im west nichts neues das ganze war dann hier mit so zwei klammern zugetackert und dann haben wir hier jede menge sticker und sagen wir einmal zwei sticker in quadratisch keine liebe in schwarz und weiß dann haben wir hier rechteckig prinzpie im west nichts neues in rot und weiß dann in schwarz und weiß und rot und weiß auch wieder rechteckig im querformat in dieser geldschein optik mehr oder weniger und dann noch einen kreisförmigen sticker prinzpie im westen nichts neues also wir kommen auf insgesamt sechs sticker so dann haben wir mit dabei hätte ich jetzt schon fast vergessen die instrumentals zum album natürlich die kommen in einem digi sleeve in einer pubhülle auch hier wieder pie abgebildet mit alternativ also im alternativcover mit gelb brauner beige gelber jacke prinzpie im west nichts neues instrumentals lesen wir hier und dann hier die 16 tracks des albums nochmals aufgelistet ich glaube dieses foto war das erste im booklet also auch hier wieder es dürfte in den usa sein rein von den autos her so sieht das aus in rot und weiß gehalten dann haben wir mit dabei ein poster hier haben wir prinzpie mit hemd und weste abgebildet hauber und brille ebenfalls am start und hier lesen wir natürlich auch wieder prinzpie im westen nichts neues das ganze im hochformat und wie wir auf der box gelesen haben ist das ganze ein poster im format a2 rückseite blank weiß und als letzten boxinhalt haben wir da noch ein shirt mit dabei sieht jetzt etwas enger aus auf den ersten blick hier lesen wir team pie prinzpie im west nichts neues keine liebe keine liebe keine liebe records 2016 das shirt in schwarz neckprint haben wir keinen und wir haben es zu tun mit einem gilden heavy cotton tier away 100% baumwolle made in bangladesh und das ganze ist Größe S gut das erklärt auch warum das shirt so schmal erscheint ich muss jetzt ganz ehrlich sagen ich weiß nicht mehr ob man die Größe die shirtgröße damals frei wählen konnte oder ob das bei allen boxen so war um vielleicht mal irgendwie den ja etwas zarteren menschen oder den frauen entgegen zu kommen es kann aber auch gut sein dass es hier mehrere größen gab und ich die box erst relativ spät bestellt habe und dadurch nur noch es kriegen konnte weil normalerweise bevorzuge ich meine shirts in M gut wir schauen uns das ganze mal kurz im detail an und so sieht das ganze dann getragen aus also wir haben hier das schwarze shirt mit dem weißen aufdruck team pie dann sieht es ein bisschen aus wie so eine zaun optik und dann haben wir hier groß dieses prinzpie logo im west nichts neues lesen wir darunter keine liebe records mmxvi und links und rechts jeweils nochmals keine liebe gefällt mir ganz gut kann man durchaus anziehen und zum abschluss fassen wir einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet habe ich eben gezeigt ihr t shirt in der größe s das poster im hochformat einseitig bedruckt format a2 die instrumentals zum album im digi sleeve dieser prinzpie button dann das sticker set bestehend aus sechs stickern und natürlich das album an sich im pub schuba das alles in dieser wunderbaren box im westen nichts neues von prinzpie mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr prinzpie unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf ciao